Und dann, hat er das schon gehört? Nein, das war nicht das. Das dann. Aber zuerst machen wir... Ah, und das ist auch neu, genau. Moment, das ist hier. Also zuerst. Möchtest du anfangen? Oklaue, 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 oklaue. Wenn Wolgenhebel sich umwind und schwör, die Sonne, die Sonne niederhebt. Du kannst das ohne Munde, oder? Wirst du probieren. Wir schauen uns so an. Oder du schaust ein bisschen so. Genau. Wenn du Text brauchst, kannst du hier schauen. Du fängst an. Wir machen es so. Ok, und los. Oh, klage, oh, klage, Oh, Klage, oh, Klage, oh, Klage, oh, Klage, oh, Glabe! die Sonne wieder heben.